Kiwi bekannte hinterher offen und mit schlüpfrigem Tonfall, dass sie Gänsehaut dabei bekommen habe. Der Sprecher Dietmar Wunder ist die Synchronstimme des britischen Schauspielers und James-Bond-Darstellers Daniel Craig. Passend dazu wurde als Intro auch das bekannte James-Bond-Thema eingespielt und Kiwis Co-Moderator Jochen Schropp wurde als Mr. Moneypenny vorgestellt. Die Fernsehgarten-Nörgler auf Twitter waren selbstverständlich ebenfalls zur Stelle. Mega, die Synchronstimme von Daniel Craig. Lasst ihn einfach weiterreden, dann müssen wir die Kiwi nicht hören, ätzte einer von ihnen. Danach sorgte die irgendwann in den 1980er Jahren mal bekannte Band-OMD, Orchestral Manövres in the Dark, für eine erste musikalische Einlage. Das Fernsehgarten-Motto Großes Kino schlug sich insbesondere in Spielen wieder. So mussten etwa berühmte Hollywood-Stars anhand von deren Kinderfotos erkannt werden. Ebenso empfingen Andrea Kiewel und Jochen Schropp Marie Murum eine erfolgreiche Stuntfrau aus Berlin. Im Interview wollte Kiwi von der 31-Jährigen, die schon bei großen Produktionen wie Avengers, Endgame, 2019, und James Bond 007, Keine Zeit zu sterben, 2021, mitwirkte. Wissen, welche Hollywood-Stars sich denn besonders oft dubeln ließen. Wer ist die größte Mumu? Fragte die Moderatorin wörtlich. Ein Schlager-Highlight war der Auftritt der schweizerischen Sängerin Beatrice Egli, 35. Die Siegerin der 10. Staffel der RTL-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar, DSDS, beformte ihren Song Verlieb dich nicht ohne mich. Dabei trug die 35-Jährige eine neongrüne Hose und ein ebenfalls in bunten Neonfarben gehaltenes Oberteil. Doch auch sie bekam auf Twitter einigen Spott ab. Die jubeln nicht wegen der Sängerin, sondern der Kellner ist da mit dem Biernachschub. Ist ein Beispiel, die Egli gewinnt den Oscar für den besten Textmarker-Look heute. Ein weiteres. Musikalisch ging es mit einem wilden Mix weiter. Nach der bekannten Karneval-Band Die Höhner aus Köln sorgte die deutsche Rocksängerin Doro, alias Doro Pesch, 59, für eher harte Klänge im Fernsehgarten. Auf Twitter wurde die sogenannte Queen of Metal als liebste Metal-Oma der Welt begrüßt. Ein anderer Spötter ätzte. Das ist doch Barbara Schöneberger, die sich als Lockvogel verkleidet hat, um Kiwi zu verarschen. Mit einem Auftritt der Söhne Mannheims und einer Showtanz-Einlage, die Kiwi als Hommage an das goldene Hollywood bezeichnete, plätscherte das Fernsehgarten-Geschehen weiter vor sich hin. Filmhund-Bandit, Lassie, durfte auftreten. Danach galt es beim finalen Spiel, Filme nach ihrem Veröffentlichungsdatum zu sortieren. Im Anschluss performte Sascha, 51, seinen Song This Is My Time aus dem Jahr 2002.